bling witsch wow Hi Leute, Tim Sohat hier und ich habe ja ewig kein Unboxing Video mehr gemacht, aber jetzt für Magic the Gathering Assassin's Creed war ich ja im Würfelzwerg zu Pre-Release und habe mir gedacht, 20 Euro dafür, dass du echt einige Karten daraus haben willst holst du dir mal dieses Starter, dieses Einsteigerpaket Wie ihr vielleicht wisst, bin ich jetzt kein Einsteiger in dem ganzen Thema ich will mir das einfach mal angucken weil, die beste Art das Spiel zu lernen das will ich mal überprüfen, ob das wirklich so ist, wir gucken uns natürlich die Karten hier drin an für wen ist das Produkt überhaupt, darum soll es in diesem Video gehen, weil ich bin ja kein Einsteiger aber habe mir das jetzt trotzdem gekauft und warum, weil ich die Assassin's Creed Karten geil finde und die sammeln möchte und auch einige hiervon in mein alter E-Commander Deck rein tun möchte wir unboxen das Ganze jetzt mal interessant, dass hier auch immer die Farbcodes stehen, für wen das von Einsteigern relevant ist keine Ahnung jetzt mal schauen wir machen das am besten auf hier oben ist noch eine Perforation glaube ich da geht es schon mal los zu einem Unboxing gehört ja auch immer wie kriegt man das eigentlich auf und wie leicht lässt es sich öffnen das muss nämlich auch einsteigerfreundlich sein also wenn ein Kind so ein Produkt nicht aufkriegt und dann nur zerfetzt und die Karten dabei noch kaputt gehen, das ist natürlich schlecht aber ich denke, wir kriegen es hier gerade ganz gut hin muss auch immer mit dem dümmsten anzunehmenden Anwender rechnen, der DAA so genau, hier sind zwei Decks drin dieses Inlay was ein ziemlich geiles Artwork hat muss man sagen ähm dann Deckboxen sowas kann ich immer gut gebrauchen da kann man auch Anländer rein tun also das ist jetzt natürlich nicht für Decks mit Hüllen und sowas, aber für was ich das zum Beispiel gut gebrauchen kann ist, wenn man so Cube Drafts dann macht und so, da kann man auch sehr gut dann die Karten immer rein tun für auch mit so Trennern, vielleicht dann drei Packs auf einmal direkt dass man einen Cube Draft dann macht dass da dann die Karten drin landen aber auch so sehen die eigentlich ganz cool aus genau, einmal für Ezio, Klinge der Vergeltung jetzt der zweite Ezio, den ich habe den 5 Color Ezio habe ich leider noch nicht übrigens, wenn man den natürlich spielen will als Commander da sind einige Karten aus diesem Deck dafür äh, aus diesen Decks, aus diesem Set natürlich auch sehr gut dann dafür und hier haben wir Eivor ich spiele gerade Assassin's Creed Mirage sehr begeistert und wenn ich das durch habe will ich mir dann auch auf jeden Fall Valhalla mal angucken sind gerade im Game Pass auch bei Xbox drin genau, also hier nochmal die Rückseite angucken genau, zwei Deckboxen, der Leitfaden, zwei Decks äh, genau, entfiltriere die Welt von Assassin's Creed und beginn die Aufnahme in den Orden rüste dich für deine erste Partie Magic genau, das soll dann ganz klar die ganze Verpackung, das schreit natürlich ihr seid Assassin's Creed Fans, habt schon mal überlegt mit Magic anzufangen oder kennt Magic noch gar nicht hier, das ist das für euch damit sollt ihr anfangen und genau da haben wir hier den Einsteigerleitfaden das Einsteigerpaket, okay das gibt's jetzt ja auch für Bloomberg hab ich mir natürlich nicht geholt, äh, das gab's für Herr der Ringe das hatte ich mir überlegt, ob ich's hole weil da waren auch einige interessante Karten drin und ähnlich wird's jetzt auch hier sein die hatte ich ja auch mal im Video angeguckt das, äh, kann ich ja vielleicht unten nochmal verlinken Universes Beyond zum Magic Einsteigen ist natürlich ne, ein guter, guter Faktor immer so, ne, also man holt, äh, Interessenten auf einer anderen Ebene ab genau, dann wird hier erstmal erklärt ähm, genau, was, was sagen die fünf Farben aus, so, das ist so schon mit fast das Wichtigste, genau zeigt, was ist da drin in dem Set genau, ah ja zeigt die, den Spielbereich, die Zone das ist auch immer nicht schlecht ich hatte jetzt einen Arbeitskollegen, der, äh, sich Magic Arena mal angeguckt hat und das Tutorial gespielt hat und er meinte so, das Grundsystem versteht er irgendwie aber, ähm, so eine Übersicht hier in Papers, das ist immer nochmal eine ganz andere Geschichte, ne, also, dass man, äh, hier diese Grafiken, diese Infografiken hat, die halt explizit dafür da sind das sieht man in Arena halt nur so auf dem Bildschirm dann, äh, genau dass man die Phasen auf jeden Fall mal durchgeht die Spielbereiche erklärt wie ein Spieler überhaupt anfängt tappen und tappen muss natürlich erklärt werden, wie man Zauber spielt, angreifen und blocken stärker Widerstand als eigenes Ding ich denke mal, das ist hier auch recht gut erklärt auch mit den Grafiken, genau, wie eine Magic-Karte aufgebaut ist das sieht man in Arena auch nicht direkt so gut oder wird einem vielleicht so, äh, mit einer Animation kurz erklärt aber, äh, es ist immer gut und dann nochmal in so einem Regelbuch wenn man sich das nochmal in Erinnerung rufen will, nochmal zu dem Zeitpunkt zurückzuspringen, das Problem ist in einem Tutorial, das gehst du ja analog in der Zeit halt durch, wenn eine Lektion vorbei ist und du die nochmal haben willst, dann musst du die Lektion komplett nochmal durchspielen, bei Regelbüchern ist das halt so, du kannst die Seite aufschlagen, die Info nochmal nachlesen, das ist halt dieses, äh, ja, Problem mit Videoerklärung auch so ein bisschen so, ne, dass man diese Zeitkomponente hat deswegen sind bedruckte Anleitungen immer noch, finde ich, ne ziemlich gute Sache ja, genau, wird hier erklärt dann Hexe rein, Spontanzauber wird hier auch schon erklärt, das ist halt was was sie früher fast nie gemacht haben in Einsteiger-Sachen, aber das gehört hier halt einfach zu Magic dazu so schnell wirst du gegen jemanden spielen, der dir dann Sachen in Spontanzaubergeschwindigkeit um die Ohren haut Fähigkeiten, die Zauber selber, Kreaturen mit Flash und sowas in der Art und dann fragst du dich halt so ja, okay äh, früher in Portal und auch 8. Edition, als ich angefangen habe, waren keine Spontanzauber und keine Fähigkeiten mit Spontanzaubergeschwindigkeit im Einsteiger-Set drin und das, ähm das hat für mich dann den, äh, Effekt gehabt dass ich überhaupt nicht gereilt habe, wie man eigentlich im gegnerischen Zug seinen Mana tappen soll und ähm, Fähigkeiten benutzt also, dass man Fähigkeiten immer benutzen kann das habe ich erst viel, viel später gelernt äh, ich glaube war das schon 2012 rum oder habe ich es erst richtig verstanden, als ich dann 2019 wieder eingestiegen bin, also Kitchen Table, ne, also das hat man echt lang nicht geschnallt die war klar, okay ich muss ja, äh, ein Counterspell zum Beispiel muss ich ja spielen, wenn ein Gegner grad was spielt dann muss ich ja auch irgendwie mein Mana dafür tappen das war ihm schon klar, aber halt dass Fähigkeiten auch so funktionieren das habe ich echt lange nicht gewusst und sowas ist halt, äh, gut zu wissen auch hier mit Schlüssel, äh, Keywords und Erweiterung ja, hier genau die, der Ablauf eines Zuges das musste ich meinem Kollegen dann auch nochmal erklären das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig wie Arena das auch anzeigt ja, und dann, wie man Magic spielt hier scannen und loslegen da kommen wahrscheinlich dann nochmal die Videos, so, ne, die Videos sind natürlich, ähm die können, die können auch mal so ein bisschen Panache machen, so, ne, das hat der Kodak auch letzt sehr gut gesagt in einem Video, äh halt die Präsentation, so, ne, dieses so wenn du auf einer Messe einen riesen Banner mit äh, halbnackten Frauen hast das jetzt so blöd gesagt, aber das ist halt leider wie es oft funktioniert oder, ähm äh, dann halt jemandem direkt das Spiel zeigst, so, so in Mensch-zu-Mensch-Interaktion, oder halt ein Video mit vielen Animationen, Effekten Explosionen, geilen Sound geiler Musik, ähm das, 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 was Yu-Gi-Oh! gemacht hat zum Beispiel mit seiner ersten Folge die erste Folge ist, verkauft das Spiel dermaßen gut, halt auch mit so einem so einer Hook drin, so einer so einem Climax, so einer, so einer Spannungskurve während der Geschichte, das, das macht schon immer viel aus, und, äh, ja und Magic versucht das halt mit der Kombination aus dem hier und Arena und Videos dann natürlich so, ne, also zum Beispiel, Comanson hat recht gute Einsteiger-Videos gemacht, äh, die dann halt auch so ein bisschen die Effekte und Animation dann verdeutlichen, und ich hab ja auch, äh, bestimmte Aspekte mit Animationen erklärt, zum Beispiel mein Tricks der Profis-Videos, da hab ich ja all dieses mit Spontanzaubergeschwindigkeit und so was, das hab ich ja alles auch erklärt, genau, aber jetzt mal, warum hab ich mir als, äh, warum hab ich 20 Euro in die Hand genommen, also 20 Euro ist ein guter Einstiegspreis für zwei Decks, das muss man sagen, also 10 Euro für ein Deck, ist ja bei Yu-Gi-Oh! auch so das Ding, äh, die hatten jetzt auch eins mit zwei Decks, die ganz brauchbar waren, aber das war mit 25 Euro viel zu teuer, 20 Euro ist jetzt heutzutage grad noch so die Schmerzgrenze. Also da, äh, preistechnisch kann man schon sagen, ist okay. So, genau, und jetzt haben wir hier Ezio, Klinge der Vergeltung, Todesbührung, und immer wenn Anastasine, den kontrollierst du deinem Spieler Kammstein anzufügt, zieht man eine Karte, das ist Coastal Piracy auf dem Commander theoretisch, also um den kann man theoretisch dann auch eins seiner ersten Commander Decks bauen. Deswegen ist das für, wie man heutzutage in Magic eingeführt wird, dass man dann quasi so eine Brettspielrunde, äh, jedes Wochenende oder einmal die Woche mit seinen Freunden dann im Laden hat, wo man dann so Political Commander spielt. Das, äh, dafür ist er natürlich gut und da ist auch viel anderes in dem Deck drin. Zum Beispiel auch der Achilles, Davenport, andere Assassinen kriegen plus eins plus eins, das ist halt so ein typischer Lord. Und dann halt auch diese Parcours-Mechanik. Klar ist auch alles Assassins-Sachen, also die beiden Karten. Überfall der Auditore, bringe eine Kreatur, also genau, das ist jetzt Hexereigeschwindigkeit, auch gut zu wissen, bringe eine Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück und, äh, du kannst dir Ezio raussuchen. Genau, das sind diese klassischen Karten auch früher in den Planeswalker-Decks gewesen, gab's immer. Das ist absoluter Müll für den Effekt, also ein Tutor und Bounce okay für vier Mana, aber, ja, also in Commander spielt man die natürlich nicht, weil du hast den Ezio dann wahrscheinlich in deiner Comments. in den klassischen Dimir-Farben hier, ne, von den Assassinen. Naja, äh, die Karte ist da mehrfach drin, dass man die, äh, den Ezio halt, die, das ist so, so ein Ding von den Starter-Decks, so, die, die wollen halt den Anfängern die, äh, Emotionen und diese Timmy-Karten halt, äh, mit ihrem Spiel auch in Verbindung bringen wollen, den wollen sie dir natürlich auch ermöglichen, wie damals mit den Planeswalkern, das sind halt Karten in den Deckers, die dir rausholen. Das ist, äh, designtechnisch schon gar nicht verkehrt. Umweg übers Dach. Ah, das ist ne Rare sogar. Also hat man ja auch erklärt gekriegt, ne, hier Mythics, Rares, mhm, ist da ne Mythic überhaupt? Ja, das ist ne Mythics, das sieht man bei Vollzimmer nicht ganz so gut. Genau, Umweg übers Dach, immer wenn eine oder mehr Nicht-Spielstein-Kreaturen in den Kondits ein Spielerkampf dazu fügen, macht man ein, äh, 1-1 Schwarzen Assassinen mit Bedrohlich. Das sind die, die ich auch, äh, selber gemacht habe jetzt für die Magic-Con. Die Tokens. Und das ist sogar eine richtig, richtig gute Karte. Immer wenn man connectet, ein Token machen, das ist ein Effekt, den sieht man jetzt nicht so oft und das ist auch einer, den kann man in vielen Commander-Decks brauchen. Die Karte wird, glaub ich, auch sehr viel einzeln gekauft. Hat auch ein geiles Artwork, muss man echt sagen. Mit, ähm, für Decks jetzt wie das, das 5-Color-Adsio oder wenn man um den hier baut, also wenn man sich das Set gekauft hat, hat man den dann eh. Er selber soll auch relativ teuer sein, hatte ich jetzt auf ein paar Seiten gesehen. Und es ist auch interessant, wie das dann halt wird, wenn das Set irgendwann nicht mehr in den Läden ist. Weil, Reprints mit Universe of Beyond sind schwer, das Thema hatten wir schon. Genau, hier haben wir auch Ruhigstellen mit den Betäubungsmarken, wird schon erklärt, aber auch Hexerei-Geschwindigkeit. Bisher noch nix in Instant Speed zu sehen. Äh, genau. Solange es dein Zug ist, hat er Flugfähigkeit. Das sind einfache Mechaniken. Aber auch halt ein Assassino, der dann durchkommen kann, für diesen anderen Effekt. Haken Klingen, Veteran, ja. Zeigt aber auch sehr schön dann noch so Sachen aus, aus Spielen, die vielleicht sonst ein bisschen zu kurz gekommen sind im Hauptset. Das ist halt, wenn du das komplette Assassin's Creed-Erlebnis haben willst, und das wollte ich halt, deswegen habe ich mir das Set hauptsächlich gekauft. Ja, zu Beginn deines Kampfes. So, das sind so Sachen, die sind für einen steigert, äh, sehr gut nachvollziehbar. Und, äh, erklären einem natürlich dann auch, wie die Phasen funktionieren und sowas. Da ist das schon ziemlich gut. Ja, dass man nicht geblockt werden kann. Falls man einen legendären, ja, auch für Commander eigentlich wie gemacht, ne. Für blaue, blaue Assassinen-Dex. Wo es jetzt ja auch einige gibt. Also da hat ja wahrscheinlich einige was gemacht. Ja, der Unterschlupf, eine Mauer-Verteidiger. Ja, das kann man auch, ähm, erklären. Hier haben wir eine Fähigkeit, aber da steht auch extra drin, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Das sagt einem aber, hätte ich da, hätte es, sowas gab es damals nicht so oft, aber hätte es das damals schon mehr gegeben, hätte ich verstanden, ah, okay, also eigentlich kann man Fähigkeiten immer aktivieren, aber diese jetzt nur wie eine Hexerei. Interessant. Sowas, das sind halt so Texte, die bringen einem das bei. Das ist nicht schlecht. Ist echt gut. Ja, auch mit dem Flavor und allem drumheran. Ja, Plus-1-1-Marke auf was legen und das kann nicht geblockt werden. Eigentlich schon ein ziemlich geiler Effekt, muss man sagen. Und Flavor-mäßig auch gar nicht schlecht. Hier, der Harlequin. Der ist super. Den wollte ich nämlich haben für das Alter-Ir-Deck. Weil das will die eh nur, also spielt den niemals für 3. Da ist der Effekt jetzt gar nicht so gut. Für 2 ist er halbwegs annehmbar. Aber dafür muss man halt Schaden gemacht haben mit Parkour. Aber in Alter-Ir-Deck will ich den einfach nur auf dem Friedhof ballern mit Selfmill oder mit Looting-Effekten oder sowas. Und dann aber jede Runde den aus dem Friedhof holen, eine Karte ziehen, Lebenspunkt verlieren. Das ist eine Value-Engine. Und der ist jetzt hier dreimal drin. Könnte ich theoretisch jetzt auch verkaufen oder so. Aber auf jeden Fall, einer von denen kommt in meinen Alter-Ir-Deck. Deswegen wollte ich das... Ich hatte ein paar Karten gesehen, wo ich dachte, Mann, die sind in Alter-Ir eigentlich schon gut. Er jetzt hier nicht so. Könnte man machen, natürlich, ja. Jede Runde 2 Leben jedem Gegner ziehen und man erhält 2. Ja doch, den könnte man sogar auch spielen in Alter-Ir. Halt dieses nicht 4 Mana dafür bezahlen, für einen 4-1er, sondern das, ja, aus dem Friedhof jede Runde casten. Das ist halt das, wo man denkt, ah, okay, jede Runde sterben, jede Runde ETB, da wären die Sachen dann schon ein bisschen besser. Auch er hier, einfach so ein kleiner mit Todesbürgerung. Todesbürgerung ist halt auch, sonst in Commander immer ganz brauchen wir. Ich habe auch so oft einfach einen 1-1er für ein Mana mit Todesbürgerung in irgendwelche Decks gepackt. Noch besser, wenn sie fliegen. Baleful Strix ist ja auch so ein Beispiel. Der ist in so vielen Decks drin, einfach nur, weil er so verdammt guter Blocker ist. Baleful Strix oder der, dieser Dredge, äh, aus, äh, aus Ravnica von den Golgari. Der ist auch so ein Beispiel. Fliegen Todesbürgerung ist einfach, einfach super in Commander. Du wirst so viel selten angegriffen, das glaubt man gar nicht. Ja. D-Gelager der Bruderschaft, ja. Das ist jetzt quasi eine Vanilla-Karte, ne. Sowas braucht man ja eigentlich auch, gerade in Einsteiger, ähm, Einsteiger-Szenarien viel, so, äh, wo man dann ausblenden kann, okay, dieses Parcours ist zwar in Erinnerungstext drauf und so, aber man, äh, ja, man guckt halt eher wie, ähm, wie dann die Werte funktionieren, wie die Mana-Kosten sind und konzentriert sich erstmal darauf, als auf das andere. Man muss schon echt sagen, äh, man wird sehr viel überfordert, sonst wenn man alles auf einmal verstehen will. Gerade als neuer Magic-Spieler. Ja, Auftragsmodell und Aufblitzen auch so ein klassisches Beispiel. Ja, der ist, ja. Ah, okay. Moment, aber das ist jetzt was. Da haben wir Flash, genau. Wie, wie man spontan zauber wirken könnte. Okay. Da bringen sie einem das so, so ein bisschen schonender noch bei, okay. Das ist jetzt die Karte in meinem Deck, die kann ich quasi immer spielen. Okay, was kann ich damit machen? Damit hat das ganze Deck dann auch schon mal ein bisschen bessere Lernkurve für, äh, wiederholtes Spielen so. Im ersten Spiel versteht er das noch nicht. Dann sagt ihm ein erfahrener Spieler, okay, diese Kreatur hättest du jetzt, wenn ich angegriffen habe, aus deiner Hand spielen können und nicht, äh, einfach in deiner Mainphase als Kreatur, sondern damit hättest du mich überraschen können. Und dann lernt der Spieler, ah, okay, das ist was, das man in Magic machen kann. Ist ja cool. So, das hat ja auch was. So, er kommt aus dem Hinterhalt plötzlich. So, da ist der Ludo-Narrativ noch drin. Und das, das ist eine gute Karte, um die Anfänger zu zeigen auf jeden Fall. Also, da muss ich sagen, bin ich schon begeistert von. Ja, dann die klassischen Taplands, die beide Smarter machen, aber halt mit dem Flavor so. Jeder, der die Spiele gespielt hat, erinnert sich an diese, diese Szenarien. Ah, jetzt bin ich in dieser Gruft und, äh, muss da eine Art Fakt suchen und so. Das ist Abenteuer pur. Ey, Assassin-Novizen. Der ist aus dem Hauptset auch. Wobei es hier vom Symbol keinen Unterschied gibt. Diese Karte findet ihr niemals in einem Beyond-Booster oder in einem Collector-Booster. Die gibt's nur hier, aber trotzdem haben die dasselbe Symbol. Das ist halt auch was, ne? Die Sammler, die jedes haben wollen, mussten sich auf jeden Fall, die jede Karte von Assassin's Creed haben wollen, mussten sich auf jeden Fall auch das Start-Adeck holen. Weil sonst hätten sie diese Karte zum Beispiel nicht. Ah ja, Neustart-Sequenz, auch cool. Ja, ein bisschen blöd, die Karten hatte ich mir jetzt einzeln geholt. Die hier noch nicht, weil ich die nicht so gut finde. Aber die Karten hatte ich mir einzeln geholt. Deswegen, äh, hätte ich eigentlich nicht machen brauchen. Ich meine, die haben 20 Cent gekostet oder was. Aber hätte ich gewusst, dass ich mir das, äh, das Start-Adeck... Ich hatte eigentlich nicht vor, es mir zu kaufen. Ich hatte eigentlich vor, mir diese Karten auch noch einzeln zu holen. Dann hatte ich gerade Geburtstag und Geburtstag-Geld-Budget und sowas. Dann hat man das halt so mitgenommen hier. Genau, das ist auch eine Karte. Auf die geh ich jetzt nicht so genau ein, weil die habe ich ja im Dings schon erklärt, im, äh, anderem Assassin's Creed-Video, wo ich auf jede Karte des Hauptsets eingegangen bin. Ja, Mord, Spontanzauber, okay. Da kann man auch dann. Hier, Spontanzauber kannst du jederseits einsetzen, aber es ist halt ein so schön simpler Effekt. Ist zweimal natürlich drin. Ja, und dann die Standardländer. Die müssen natürlich auch viel drin sein. Da sind auch immer ein bisschen mehr in solchen Decks drin, damit man auf jeden Fall seltener Mana-Skloot ist. Ah ja, cool. Und das ist auch der Assassin-Token. Der offizielle. Ich benutze natürlich auch gerne meinen selber gemacht, aber es ist auch natürlich immer gut, dass sie die Token reinbringen. Und ein Schatz. Okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ein Schatz gemacht hat. Hier in dem. Aber irgendwo wird man einen Schatz für brauchen, denke ich mal. Genau, dann hier der Code, die Phasenübersicht nochmal. Äh, blocken und angreifen. Genau. Sowas ist immer auch mal gut als Erinnerungskarte. Sehr schön. Ja, das ist doch mal ein cooles Deck schon. Ich habe auch gesehen, es gab ja ein Event, bei dem hatte Robin von Radio Raffnika mitgemacht, wo man nur mit diesen Decks gespielt hat und da schienen die Leute auch Spaß zu haben. Also das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Gut. Gucken wir uns noch Eivor an. Battle ready. Bereit zum Kampf. Ja, genau. Ich habe die deutsche Variante. Das ist natürlich auch wichtig, dass das in deiner Muttersprache ist für den Einstieg. Ganz klar. Also wenn sie die nicht übersetzt hätten. Oder halt dieses so, hör, ich kaufe als LGS nur englische Produkte, weil nur die werden gekauft. Nee, da kriegst du ja keine neuen Leute in deinen Laden. Ja, Wachsamkeit Eile als 5,5. Das ist schon nicht schlecht. Wenn sie noch Trampel hätte, wäre sie noch ein Ticken besser. Aber immer wenn sie angreift, fügt sie jedem Gegner so viele Schadenspunkte, wie man Ausrüstung kontrolliert. Da ist ganz klar, macht man Ausrüstung Commander Deck dann drum. Also man hat hier schon so den Startpunkt für zwei Commander Decks, die man da quasi mit dieser Synergie dann auch erklärt kriegt. Das ist ja auch das, wo Magic vielen gefällt. So dieses Synergien entdecken, drum bauen. Da wird man dann zum Johnny. So. Genau, da ist diese Böschungsfestung drin. Ist auch ganz witzig. Gibt 1, plus 1, plus 0. Sehr guter Effekt, muss man sagen. Also wie oft mich das bei Judith oder bei Domri dann doch fasziniert, wie viel Unterschied das macht, dass alles bis 1, plus 0 kriegt. Und immer wenn man zwei Kreaturen angreift, zieht man eine Karte. Auf jeden Fall was für aggressive Decks. Ist leider mit 5 Marnern ein bisschen teuer, muss man sagen. Suri, Feuerjötung. Auch eine der teureren Karten. Ist auch mit 5 Marnern leider ein bisschen teuer, aber nur 5,5 mit Trampelschaden und legendäre Kreatur. Also kann in deiner Command Zone liegen. Und immer wenn man einen historischen Zauberspruch wirkt, fügt er einem Ziel drei Schadenspunkte zu. Und das ist quasi, ja, das muss man einfach sagen, das ist wie gemacht für Infinite Mana-Kombos. Oder Infinite-Kombos. Wenn man um den Commander-Deck baut, oder man sieht, wie der ein Commander-Deck um den baut, und dann hat er da Crackland Ironwork, Scrap Trawler, den Retrieving Mirror, und dann kommt diese Endlos-Kombo ins Spiel, wo sie dann immer wieder die Artefakte ausspielen können, die sich immer wieder vom Friedhof wiederholen, und er dann einfach... Klar, es gibt zwei Mana-Kreaturen, die machen das mit einem Schaden, und das funktioniert in Infinite-Kombos natürlich genauso. Aber wenn sowas in der Command Zone ist, das ist nochmal eine andere Geschichte natürlich. Und du halt immer Zugriff drauf hast, theoretisch. Und zum Beispiel, wenn du dir mit einem Schlag viel Mana gemacht hast, mit so einem roten Ritualzauber da, da ist der schon sehr gefährlich, wenn der Command Zone liegt. Also da kann man ein sehr gefährliches Infinite-Kombodeck drumbauen. Das ist Anfänger natürlich nicht so bewusst, aber uns als Ritteraren natürlich schon. Das macht schon was her. Ja. Und dann auch sowas hier, Kriegs-Axis-Ramen-Clans. Ja, das ist natürlich die Karte, die das wieder raussucht. Und die gibt dir dann auch den Trampelschaden. Da hat man dann wieder diesen Timmy-Moment. Yeah, jetzt wird meine Kreatur Stärke 7. Stärke 7 und Trampelschaden. Ich pau hier rein. Das macht natürlich was her. Genau, fassen wir aber durch die Legionäre. Das ist einfach nur ein ganz normaler Pazifismus. Unlimited, okay. Auf jeden Fall. Zeigt eine coole Szene aus Origins mit Bayek von Siva. Ich will auf jeden Fall jede Origin-Karte auch haben. Die sind alle so cool. Habe ich jetzt, glaube ich, dann auch mit dem Deck. Ähm. Ähm. Ja, und... Es ist was. Das spielt man so, aber dann irgendwann nicht mehr in Commander. Oder nicht mehr in, ähm... In Constructed nicht mal mehr irgendwie irgendwo. Weil man einfach merkt, ach, das ist eigentlich viel zu schwach. Man kann es nicht noch in einen Cube tun. So, weil es ist immer noch Removal. Für Limited ist es gerade gut genug. Wobei da die meisten Pazifismus-Effekte auch mittlerweile besser sind. Oder, ja, also zum Beispiel der spannendes Licht aus Bloombarrow wieder. Das kriegt halt alles weg. Kostet dafür aber doch drei Mal, ne. Das ist Pazifismus. Das ist quasi Pazifismus. Das ist halt ein Dauerbrenner schon immer in Magic, aber auch natürlich leicht verständlich, ne. Aber das ist halt sowas, wo viele auch sagen, ja, die Starter-Produkte sind nicht so toll. Da sind halt viele Karten drin, die wirst du schnell nicht mehr brauchen. Die werden nur noch in irgendeiner Kiste verschwinden. Gut. Aber dann muss man das vielleicht, da kommt auch bald ein Video zu mir, in einem Umfeld, wo man oft neuen Leuten Magic beibringt, da sind diese Karten dann genau richtig. Und da kann man dann Einsteiger-Decks für andere bauen. Für Einsteiger sind solche Karten halt genau das Richtige. Sie merken, ah, okay, du hast da zwar dein fettes Viech, was richtig, richtig böse ist, aber ich habe eine Antwort dafür. Ich kann noch wieder ins Spiel kommen. Das sind so wichtige Lektionen auch, wo man dieses Hin und Her von Magic lernt. Deswegen, gut, dass die hier dreimal drin ist. Keine ist viermal drin. Das ist immer ein bisschen komisch. Das wollen die natürlich machen, um mehr Vielfalt runterzubringen, dass niemals irgendwas viermal drin ist. Aber viermal irgendwas reinzupacken würde den Spielern auch zeigen, ah, okay, man kann eine Karte, dieselbe Karte mit demselben Namen, maximal viermal spielen in den meist-constructed-Formaten. Da soll man auch ein bisschen, ja, ähm, Standard und sowas dann auch, oder Pioneer schmackhaft gemacht kriegen. Aber guck mal, hier ist zum Beispiel ein Spontanzauber drin. Ein Kampftrick. Das ist interessant. So, das haben wir jetzt in dem Ezio-Deck fast gar nicht gesehen. Da waren jetzt die einzigen Spontanzauber-Sachen der, äh, der Flash-Assassine und Mord. Und das hier ist ein Kampftrick, da kann man ja so viel mit machen. Finde ich eigentlich gut, dass da drin ist, muss ich sagen. Weil da, das war ja auch viel von meinem Profitrick-Video, weil man am besten einen Kampftrick einsetzt. Und da kann einem, also das, das ist gerade auch für begleitetes Spielen. Also, wenn ich jetzt sehe, einer hat sich mit seinem, seinem Bruder das Deck gekauft und, äh, hat keinen erfahrenen Spieler am Start. Da kann sowas viel, viel, äh, leider dann, äh, in Vergessenheit geraten. So wie bei uns damals mit dem, wie ich nie gereiht habe, wie man Spontanzauber-Sachen einsetzt. Kann natürlich passieren. Ich weiß nicht, wie gut das die, die Anleitung erklärt. Da muss man schon dann anderen beim Spielen zu gucken oder einen erfahrenen Spieler mit an der Hand haben, damit man dann lernt, okay, den Spontanzauber setze ich nach den Blocks, aber vor dem Schaden ein, zum Beispiel. Vor allem auch, wenn er dann noch eine Ausrüstung, äh, dann anlegt. Das ist ein Effekt, der ist sogar, äh, für Modern, äh, Hammer-Time braucht man solche Effekte teilweise. Also da gibt's natürlich Besseres, aber da wäre das theoretisch eine Karte, die funktionieren würde dann auch. Ja, auch sowas hier, wenn man eine Ausrüstung kontrolliert, sieht man eine Karte. Ein 3-Mana natürlich, ein bisschen teurer hat der Effekt. Aber man merkt auch, wie gut Card-Draw ist natürlich. Für die Rabensammlung auch geil. Der, der klassische Effekt, äh, man legt eine Plus-1-1-Marke auf eine andere Kreatur, die man kontrolliert. Sieht man auch sehr oft jetzt in 5-Mana in Bloomborow wieder. Mit Eivor auch sehr cool. Naja, genau, der Schädelspalter. Äh, genau, das ist halt dieses, ja, äh, man legt einen, äh, man erzeugt einen Kreaturenspielstein, legt es daran an, dass es ja wie viele Ausrüstungen heutzutage auch funktionieren, oder schon seit, seit, äh, New Phyrexia auch funktioniert haben. Und, genau, sowas ist ja auch immer gut zu zeigen. Aber es ist halt an sich eine schlechte Ausrüstung, ist auch nur eine Common. Das ist ja auch, aber auch ein Spontanzauber, der Schaden schießt. Das ist natürlich auch, da kann man viel mitmachen. Okay, eine Kreatur, 3 Schaden und falls man eine Ausrüstung, 2 Schaden an den Links. Hm, okay, das ist so ein bisschen wie Searing Blood. Da muss man echt sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie sie jetzt auf den Erstblick aussieht. Hm, zeigt's. Eine coole Szene aus Odyssee. Ja, das Sparte auch sehr cool. Erstschlag, wird einem auch dann erklärt, wie R-Schlag und, äh, und so funktioniert das natürlich auch nicht verkehrt. Kann sich pumpen, auch sehr klassisch immer in Rot und mit R-Schlag natürlich auch gar nicht verkehrt. Hm, ja doch, find ich gut. Wieder Sache aus dem Labyrinth. Boah, ich hab diese Szene geliebt in Odyssee. Vielen war das too much. Aber ich liebe ja Monster. Und dieses ganze Drumherum, wie das aufgebaut wurde in Odyssee, wo man nach Kreta kommt. Alle reden über den Minotaurus, so. Und dann, äh, ja, hier Souvenire und Touristenattraktionen und Sondergleichen. Und das ist einfach so witzig aufgebaut. Und dann, äh, soll man da gegen den Minotaurus kämpfen, das ist nur so ein Typ mit einer Maske. Und nur so, äh, pff, okay. Aber irgendwann, wenn man die Insel weiterkundet, findet man das Labyrinth. Auch mit einer ganzen Quest noch davor. Boah, und es wird, es ist so ein Spannungsbogen auch dahinter. Und dann findet man den endlich. Und beim ersten Mal, wo ich den gesehen habe, war er auch noch viel zu stark für mich. Aber, äh, ich hab den Minotaurus echt geliebt in Odyssee. Ich liebe diese Monster. Und er, ja, okay. Ist gar nicht verkehrt eigentlich, ne? Wenn man angreift, kann man zwei Mana bezahlen und eine Kreatur kann nicht blocken. Hm. Ein typisch roter Effekt. Boah, braucht man sowas in Comana ist jetzt die Frage, so, ne? Klar, wenn man ein Minotaurus-Deck baut, ist der eigentlich nicht verkehrt. Sie sind ja meist sehr aggressiv. So mit, ähm, Mogus God of Slaughter zum Beispiel. Ha. Doch, nicht verkehrt, ne? Hab ich jetzt auch mehrfach. Dreimal sogar? Uiuiui, okay. Büroleiterin, auch eine sehr gute Karte. Wollte ich auch einzeln holen. Weil, Assassine in Boros-Farm, also kommt auch in Alter-Ear rein. Ausrüsten kostet ein weniger, äh, Ausrüstungs-Zaubersprüche selber auch. Ja, natürlich wie gemacht wird das Deck, aber jetzt auch in einem Alter-Ear-Deck, wo ich Sword of Fiest and Famine reingepackt habe und Swift-Foot-Boots und sowas. Das ist, äh, auch in dem Deck echt nicht verkehrt. Hab ich jetzt auch dreimal. Sehr gute Karte. Und dann die Länder wieder. Genau. Genau, der klassische Steinbruch. Auch eine sehr tolle Location in Assassin's Creed Odyssey, muss man sagen. Ah ja, und dann die, die aus dem Haupt-Set. Genau, Hakenklinge. Aber Smyr. Äh, ah ja, Ezio, 13 Novice sogar noch drin. Sehr schön. Aber, ja, das ist auch so eine Karte, die... Die ist auch aus Alter hier schon wieder rausgeflogen, weil er ist ja an sich kein Assassine. Aber Smyr ist natürlich drin. Und hier kann man ja auch so krasse Decks bauen. Ähnlich wie... Also da kann man quasi dasselbe wie mit dem, diesen Riesen bauen, was wir gerade gesehen hatten. Genau. Und der Aussichtspunkt wieder. Ja, ist da sogar zweimal drin. Und dann die coolen Ebenen. Auch nicht schlecht, die jetzt zu haben. Und Gebirge hier. Genau, das sind die, äh, die man sonst in Full Art kriegt. Aber hier dann mit, ähm, mit dem normalen Frame. Das ist halt für Einsteiger auf jeden Fall auch besser, muss man natürlich sagen. Ja, und dann nochmal Assassinen an Schatz Tokens, ne? Ja. Ja, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob die da Schätze machen in dem Ganzen, aber... Gut. Ja, doch. Sehr, sehr cool. Also ich bin mit dem, mit dem Kauf bin ich sowieso zufrieden. Aber das habe ich natürlich schon lange, bevor ich das da wirklich im Laden gemacht habe, abgewogen. Äh, hatte ja... Das ist ja das Gute heutzutage so, ne? Äh, früher bist du, äh, hast du dir sowas auf gut Glück gekauft. Heutzutage, äh, kannst du dich vorher genauestens im Internet über alles informieren. Und, äh, je nachdem dann entscheiden, ob du es kaufen willst oder nicht. Und, ja, ich habe jetzt, glaube ich, genug Punkte gesagt, warum ich mir das kaufen wollte. So, also es ist, für Commander sind interessante Karten drin. Es war bei Herr der Ringe genauso. Für, äh, es sind einzigartige Karten drin. Das braucht dann der Sammler für die Assassin's Creed Sammlung. Es ist doch einiges drin, finde ich, was, äh, Spielern auch mehrfach, äh, wenn sie es oft spielen. Also Einsteiger, die erstmal in den ersten Spielen alles in Hexerei-Geschwindigkeit ausspielen, ist vollkommen okay. Erstmal die ersten Blocks und so machen. Aber auch schon sowas sehen wie, ah, okay, ich kann was beantworten vom Gegner. Ich kann seine starke Kreatur zerstören. Ah, okay, ich kriege jetzt hier den coolen Ezio oder die coole Eivor, weil ich sie mir raussuchen kann. Es hat viel so dieses, so, ja, beim Spielen auch noch so diese Begeisterung wird das Spiel kriegen. Das sehe ich viel in diesen Produkten, deswegen muss ich doch sagen, es ist ein gutes, gutes Ding hier. Ähm, ja, besonders halt auch für Assassin's Creed Fans. Und es kann einem auch so viel über das Spiel beibringen, wie richtig, spontan zu einem richtigen Zeitpunkt einsetzen und sowas. So vieles, was man auch in Limited dann noch gebrauchen kann oder in Constructed. So, also man kann nur mit diesem Produkt tatsächlich, wenn man sich damit viel auseinandersetzt und nur damit lange spielt, zum Beispiel wenn man ein Kind ist und nur das zum Geburtstag gekriegt hat und sich sonst keine Booster oder heutzutage irgendwas leisten kann, kann man trotzdem, wenn man damit viel spielt, sehr weit in dem Spiel kommen tatsächlich. Doch, finde ich interessant. Ja, den Rest sollte man sich dann auch noch angucken von den Karten, die es so gibt und alles. Aber, ja, ich bin insgesamt happy damit. Was ist eure Meinung? Habt ihr noch irgendwelche Kritikpunkte, die ich jetzt vergessen habe oder so? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, liked und abonniert gerne für meinen weiteren Magic Content und bis zum nächsten Mal.